Morgen Leute und herzlich willkommen bei Inso820 auf meinem Kanal. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen, außer bei Retro Lifestyle, da könnt ihr gerne mal rübergucken. Da bin ich auch schon wieder ein paar Mal dabei gewesen. Da könnt ihr gerne mal abschicken, wer auf Retro steht und es mag, ist er genau richtig. So, ich werde euch mal jetzt was zeigen. Ich habe mir was bestellt, richtig geil und das packen wir zusammen aus nach dem Intro. Ich habe das jetzt hier schon mal aus dem großen Kalon rausgeholt und wie ihr sehen könnt, es ist verkehrt rum. Wie ihr sehen könnt, es dreht sich um das Thema Sonnen. Also da bin ich auf jeden Fall echt gespannt, weil Magnetangeln, ich habe hier im Umkreis ja glaube ich schon alles abgefischt und auch schon vieles gefunden. Spektakulärer wird das glaube ich auch gar nicht mehr. Da habe ich mir gedacht, probieren wir doch mal was Neues aus. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wie wäre es mal mit dem Thema Sonnen. Sonnen, was seid ihr hier davon? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich leg das mal hin und dann packen wir das mal aus, würde ich sagen. So, dann gucken wir doch mal nach. Hm, was ist das denn? Eine Tasche. Oha. Ah, Tragegriff. Ja, sieht jetzt auf dem ersten Blick hier robust aus, würde ich sagen. So, hier fällt jetzt schon eine Batterie rum. Ja, hier sind die Batterien rein. So, das ist schon mal der Teller. Soweit ich das jetzt so erblicken konnte. Also, ach du Scheiße. Na ja, auf jeden Fall haben wir noch eine Anleitung. Ah, Deutsch. Sehr gut. Ich muss die Seite vergessen. 18 bis 53, 11 bis 35. Na ja, boi. Äh, würde ich sagen. Oh, warte mal. Das ist denn das? Das ist denn das? Ach, ein Spaten. Ein Klappspaten. Na du Klappspaten, was ist, Alter? Das Ding ist ja lustig. Äh, was kann das hier? Achso. Achso. Ein Klappspaten und eine Picke. Zugleich. Wie geil ist das denn? Ding. Und zur Not kann ich es ja noch mal als Paddel benutzen. Wuuuuh. Das sieht hier ziemlich wüst aus. So, ich nehme das mal raus. Ich mache das mal beiseite. So, jetzt haben wir ja hier den Teller. Den Teller haben wir da. Ähm, ich schraube jetzt hier gerade, äh, ne? So ein Ding an. Na, sag mal. Eine Schraube hier mit, äh, Kontamutter. Und dieses gehört wohl so da rein. Bin ich jetzt der Meinung. Weil, macht ja Sinn. Jetzt müssen wir halt nochmal gucken. Mit dieser Position hier. Aber ich muss sagen, das ist aber auch. Alles aus Plastik, ne? Also, weiß ich nicht. Ah, ja, 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 ja. So. Jetzt kommt hier so eine Verbindungs... 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 Jetzt müsste das hier irgendwo... Aha! Siehst du, jetzt dreht man das denn so fest? Ja, da haben wir ja schon mal so halbwegs. Ich hab das Ding jetzt zusammengebastelt. So sieht das Ding aus jetzt. Ja, da machst du da einen Arm rein. Und dann, äh, hast du ein nettes Display. Und dann zeigst du dir alles an. Das haben wir an der Wand. Oha! Naja, ey, was zeigt er mir an? Das muss ich noch alles erlesen. Weil ich weiß ja auch noch gar nicht, was das hier alles zu bedeuten hat. Da werde ich mich drum kümmern. Und dann werde ich sagen, das nächste Video wird wohl ein Sondervideo werden. Wenn ihr Bock habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns denn, wenn es soweit ist. Und ich kann euch sagen, wann es soweit ist. Wir haben nämlich heute Freitag, den 9.6. Und morgen haben wir den Samstag, den 10.6. 10.6. Werde ich auf die Jagd gehen. Vielen Dank, dass alle zum Zuschauen. Kommentieren, liken, abonnieren. Abonnieren vor allem ist für euch kostenlos. Unterstützt mich da mal ein bisschen. Und schaut gerne nochmal bei Retro Lifestyle vorbei. Verlinke ich euch alles. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.